Mit einem feierlichen Empfang in der Hermann-Neuberger-Sportschule gratulierte der Landessportverband SAAR den saarländischen Olympia- und Paralympics-Teilnehmern zu ihrem Erfolg. Zu den Gratulanten gehörten neben Landessportverbandschef Gerd Mayer auch Sportministerin Monika Bachmann und Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich bin zufrieden, dass so viele aus dem Saarland den Sprung nach London geschafft haben, auch so viele ins Finale gekommen sind. Ich freue mich natürlich sehr über die Silbermedaille von Bastian Schäger und über die beiden Bronzemedaillen von Claudia Nikolajczyk. Trotzdem dürfen wir uns jetzt nicht ausruhen, sondern müssen natürlich schauen, was wir noch besser machen können, um auch in vier Jahren mit vielen Sportlern in Rio vertreten zu sein. Insgesamt hatten 19 Sportler aus dem Saarland an Olympia teilgenommen. Unter ihnen war die Leichtathletin Claudia Nikolajczyk vom TV Püttlingen, die bei den Paralympics-Bronze über 200 Meter Sprint geholt hat. Ja, ich bin schon sehr stolz darauf, dass ich zwei Medaillen von den dreien habe. Für die Athleten gab es bei der Feier Prämien, Geschenke und jede Menge Gratulationen.